ich muss auf weiter klicken auf die optionstaste auf die kleine auf die optionstaste auf die kleine aber da steht gar nicht weiter drauf klar auf meinem controller steht eine options so verwalten ich überleg grad ich glaube sie werde ich mal auf das ding hier legen zack und dann gebe ich dir einmal heilung ich habe doch noch keine ahnung da steht da nichts jetzt sehe ich erst dass die röhrchen ja unterschiedlich voll sind ja der gold ring jaja genau deswegen kombinieren hat einen gegen kannst du verkaufen beim händler also quasi jetzt hier steht bloß soll ich verkaufen ich verkauf mal kann guten preis erzielen macht 5000 irgendwas jetzt habe ich 8200 kann ich jetzt was feines kaufen haben war das schon gut fertig bist du bereit bist du bereit dass du das stadt da dein partner ist noch nicht bereit so ich gucke jetzt trotzdem vorher noch mal bestimmen können hier irgendwo ja jetzt noch kann ich noch mal öffnen hat ja klappen können was wird jetzt aber warte was meinst du mit looten ich glaube hier noch irgendwo was rum liegt weil ich habe kommen noch ein pistol munition wäre eigentlich ganz nice wenn man noch irgendwo wird er steht da ich warte ich stehe hier und singe da kommt die fette in aber hier kann ich noch auf mann oder nichts drin wieso du brauchst du nicht oder wird nur durch kommt schon klar ich bin der pro gamer ein schuss ein treffer liegen die um verstehst du da bräuchte keine munition wenn du schon nichts findest warum soll ich dann noch weiter gucken du hättest ja auch parallel in die einen bereich mal gucken können wo ich nicht gerade bin damit schneller geht verstehst du aber nein wirst du denn nicht ich weiß ja gar nicht wo du nicht bist du kannst doch die taste zum wo du mich hießt aber hier ist nicht weiter glaube ich oder die haben das jetzt automatisch wegsbohren lassen alles bestimmt so könnte ich nicht sein geht es jetzt hier weiter oder bei dir ist bei dir sackgasse ja hier geht es weiter das siehst du doch der oben geht so weiter nein geht es nicht noch wo denn na oben der ecke kannst du da noch das zeigt mir mal kannst du doch gucken hier geht es aber nicht weiter ver acht so das sagt mir이다 hallo kämpfe da ja 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 pro gamer im blauz jetzt hier weiter hier ich glaube wir müssen darunter ja ich glaube da war genau das hat man ja von einer anderen seite gesehen hast du das hast du gut erkannt ist doch eine sattgasse lol aber unbedingt runter springen ja hallo ach so hier kann man das tor bestimmt aufmachen kann schon viele ladebalken ja ich habe die taste wieder die falsche taste gedrückt kommt die richtige taste mein freund so erst mal hier sagt wie kann das schon wieder seine was denn bitte du schon wieder müde ist ich habe es gehört ich habe es genau gehört vielleicht kann man es zu zweit schaffen mon die ja nur los hatte ich gucke mich vor noch um hier unten ist ja noch was da ist doch nichts mehr wieso hier geht es doch weiter auf die straße aber okay da war nicht mehr da war das ganze sagen kannst du unter springen das spiel unter er geht nicht mehr das schlüsse ich bin unten aber wir brauchen ja irgendwie die schlüsse vom anderen haus hier kannst du irgendwie rüber links leck mich doch kann sein dass ich sterbe wieso denn ich sterbe ich komme raus auf die straße ich und danach kampf die werden einfach keine freundin wieso nimmt er denn jetzt die munition da geht doch irgendwer kommt das heißt hier ging es jetzt nicht lange kommen da hinten steht einer dran naja aber hinter uns du kannst ja wenn du hoch guckst als ob man darüber käme und dann zum nächsten dach wo der schlüssel ist und dass der leiter wieder ich kann dich wahrscheinlich hoch springen lassen auf schließen nun mal ausschließen meint jetzt hier die leiter ja und dann kannst du darüber und zum schlüssel aber hier kommt man die tür auch durch ja dann was dann gibst du sprunghilfe oder oder so ist mir scheißegal ja ich wollte mich gerade gefragt warum ich die noch ewig zu säge da weiß ich manchmal auch nicht oder scheint ich ja zu interessieren auch handgranate was mein mikro rutscht und da und irgendwie so runter komisch so schlüssel habe ich wo kommt denn eine neue munition leck mich doch ich muss sieben oder acht mal auf seinen gegner einstechen bis der tod geht vielleicht kann man später das messer und so aufwerten damit es schneller geht ja wo müssen wir jetzt überhaupt hin ich weiß ja nicht wir haben ja schlüssel müssen wir jetzt aufschließen können vielleicht diese diese tür wurde vorhin war es ist ich drücke es mal die falsche taste leckt mich doch ja komm rüber wieso habe ich nicht die scheiß uzi ausgewählt fragen warum du jetzt was wir nicht aufgespiegst er wäre wieder aufgestanden doch ich habe sie sehen hat mir doch kannst du übernehmen aber die sache ist halt also hier scheint es richtig weiter zu gehen aber da war ja noch ein fenster da geht noch vorgucken aber da war schon drin ja ich habe wieder zuvor gekommen selbstverständlich selbstverständlich ich mache jetzt wieder coole sprüche hier selbstverständlich ich dachte wenn ich in die sicht schieße nur manchmal warum auch immer kann er wohl nicht wahr sein stampfen oder so hat einer stampft und bei den früchten ist sowas drunter da welche angekommen im normalen leben gehe ich ja nicht vorwärts ich in den supermarkt und würde früchte durch weil der vielleicht pistolen munition drin ist ich gucke das sind erst heute ich mache ich gucke mal ob da irgendwie ein paar coolen drin liegen also hier kann ich untersuchen ich vermute mal das könnte die tür schon sein aber ich würde gehen mal runter dann macht er mal da wird dann kommt er vielleicht wieder video sequenzen wir können nicht mal uns umsehen du hast das schon so viele spiele gespielt da musst du doch wissen wie der hase läuft was hier ist eine tür da brauchst du wieder mich da gehen wir glaube ich noch nicht durch weil das ist diese lassen wir oben noch da stand nämlich untersuchen sie ist von innen verriegelt da muss es doch eine möglichkeit geben dann einzukommen was denn bei der tür öffnen sagt unten kommt man drin erste hilfe sprayer hiervon wo bist du denn schon wieder in hier oben du bist ja schon erwartet sie ist nicht mehr verriegelt toll was sollte das jetzt was bringt uns das jetzt muss mich vor der flinte hier latschen weil man bei einem anderen maschine werden ja ja ich habe so viel maschinen über kohlen ich brauche ich doch gar nicht das immer schnee werden schrot gewähren und die sind auch schon da muss es ja hier ist eine kiste hier ist bestimmt was cooles drin was zum verkaufen antike uhr cool und weißt du was ich glaube du hättest den ring auch selber noch mal verkaufen können weil wir haben das symbol gerade beide gehabt die uhr ja aber jetzt ja erstmal jetzt noch nicht so war jetzt die auch schon mal nutze kaufen können du hast sie doch gefunden oder nicht ich ja aber die kannst du auch kaufen ich kaufe dann jetzt eine uzi wenn du eine hast selber ist natürlich brauchen keine jetzt wird sie dann kritisch gut machen übernimm du wieso das warum nicht ganz abhaken du willst also keiner frau helfen die um hilfe schreit hier ist auch schon wieder im busch ich habe den schlüssel benutzt wie das nur den benutzt wenn ich den gefunden habe video sequenz damit hätte ich nicht gerechnet die war in dem gebäude ich habe sie gerettet die feind wandert sich bestimmt ja so so kann ich meine dates wir kommen noch mehr kommt noch mehr leck mich doch mit dem scheiß schnellen drehen das ist ja mal ich vermute mal das wird jetzt öfter vorkommen seine gegner bestimmt aber dann brauchen wir mal vernünftige waffen nicht hier unsere kleinen messerchen ich habe keine pistolen minuti und gar nicht mehr ich habe ich habe nur 55 schützen es kommt noch mehr da hoch wir werden sie wieder zu machen machen die die an die kill noch ja klar ja klar hier wir werden 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 Manchmal läuft es aber auch nicht Da wollte ich mal Munition sparen Ah, ich hab auch gerade gemacht Ich geh nochmal zurück, weil hier geht es ja offensichtlich weiter Ich will looten, 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 looten Oh, hier sind schon wieder welche Oh, leck mich doch Jetzt willst du looten, ja? Ne, ich brauch hier was Oh, fuck, diese Scheißkarte Oh, jetzt hat er seine Machete raus Das sind Maschinengewehr-Munition hast du auch nicht mehr, oder? Nicht mehr viel Ey, verstehe ich doch gar nicht Ich hab doch eben Als wir hier ankamen, hab ich doch Habe ich doch das Gebäude ja aufgeschlossen Und dann kam die Videosequenz Was ist das denn? Dann hast du die aktiviert Ja, ja, war ich da drin Ja, siehste, siehste, siehste Ja, du hast noch gesagt, geh rin Hi Kraut Ich, immer ich Oh, hier, die Schottie, willst du haben? Ja, mir ist egal Ja, du hast die Munition, nimm du So, jetzt mal im Inventar mal prüfen Oh, äh Vielleicht habe ich doch noch den einen oder anderen Schuss Wieso? Ja, 160 Also, wo nicht doll bei der, bei der Dings ist ja weg Ja, aber auch besser als nichts Ja, stimmt Oh, hier ist noch ein Fass Jetzt habe ich schon wieder die Karte, die mir aktiviert Ich kriege das einfach nicht geschissen Ja, bist du schon wieder weiter? Aha Nee Nee, 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 nee Da geht's doch da hoch wieder Wo? Kann ich hier hoch? Nee, hier kommt hier hoch Wo es kurz drunter hochklettern? Weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich, um wegzulaufen Da kann sie rüber Kannst du nicht über das Geländer? Nein Das probiere ich jetzt erstmal Ja, hier geht auch Kletter, Kletter, Kletter Bin drüben Ja, hier ist so Hihihi Hihihi Oh, oh Übrigens Ich habe jetzt die Playstation, weißt du? Ich wollte es überlachen oder wie Nö Obwohl, könnte es dich mitmachen Das war klar, dass sowas kommt Nein, auf keinen Fall Wieso nicht? Na, konzentriere dich Ich bin noch nicht mal bei dir Wieso denn das nicht? Ja, du rennst schon wieder vor, wie hole Wieso rennen die jetzt rüber? Bin doof Der Linker soll ich sind Oh Ich soll sparen können Ja, ich soll mit dem Messer wegmachen Ich komme damit eh nicht klar Ich muss über vier Ecke drücken können Da stand das da? Keine Ahnung Wie ist ran und dann steht da Einen Takedown machen Einen Takedown Einen Takedown Oh, Kiste, Kiste Ich glaube ich auch war Öffnen Ja, Munition Oh, sehr gut Dann kann ich erst mal wieder ein Päuschen machen Tschüss Och um, Kiste Und dann Ich bin noch mal wieder ein Päuschen Und dann